Seid gegrüßt, liebe Fans der deutschen Netflix-Komödie Izzy und Ossi. Alle, die von dem ungewöhnlichen Traumpaar einfach nicht genug bekommen können, können jetzt noch einmal den Reset-Knopf drücken und den allerersten zugegebenermaßen zunächst alles andere als leidenschaftlichen Kuss zwischen den beiden erleben. Zudem findet ihr auf unserem Kanal übrigens auch ein ausführliches Interview mit den beiden Hauptdarstellern Dennis und Lisa. So, jetzt aber los, viel Spaß mit dem Filmclip. Machen wir das Licht an? Ey, mach mal kurz das Licht an. Nein. Machen wir mal bitte das Licht an. Nur kurz, ja. Nur ganz kurz. Ach du Scheiße. Halt's Maul. Ey, wie reich seid ihr? Keine Ahnung. Komm, komm. Ich zeig dir was. Ich zeig dir was. Hey, wie groß ist das hier? Wo sind deine Eltern? Ja, wir müssen ein bisschen auf uns aufmerksam machen. Hey, ich will dich jetzt auch nicht zu irgendwas hier drängen oder so. Nee, 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 nee. Alles gut. Du brauchst dein Geld. Wir machen das einfach. Ja, das muss richtig authentisch sein, ja? Ja. Okay, dann gehen wir. Wow, was denn? War doch deine Idee. Ja, okay. Dann, ähm, kannst du mich bitte richtig assozial küssen? Asozial küssen? Ja. Asozial halt. Mist. Asozial halt. Einfach. Ich kann nur gut küssen. Tut mir leid. Was? Warum drückst du mich denn so? Du küsst voll komisch. Ich küsse überhaupt nicht komisch, ja. Ich hatte mal eine Freundin, ja, die mochte mich gar nicht. Die war nur mit mir zusammen, weil ich so gut küssen konnte. Okay. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Okay. Ja, dann drück mich halt gegen die blöde Tür. Ja? Ja. Ja, dann drück mich halt gegen die blöde Tür. Ja? 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 Okay, alles klar. Funktioniert. Wunderbar.